ich dachte ich darf rufen aber andere dürfen nicht rufen ne richtig hast du mich gerufen hast du mich gemeint lass dann gerufen sein oder hast du denn gemeint mama bleib hier bitte lauf dich dauernd weg mama bleib hier bitte lauf hier bitte lauf hier bitte mama kommt sie bitte wieder mama mami meine haare ja ich will dass du damit die schere abschneiden komplett ich will die ganze kurs haben bitte höpfel mir den wunsch bitte hol die schere bitte ich darf das papa ich darf machen was ich will und wenn ich die leute hier auffresse ist mir auch scheißegal und welche fenster ist der rot hast geguckt ist nicht rot ich werde alle die schuld geben für das wetter alle hier die schuld geben alle sind hier schuldig für das scheiß sonnige wetter ich werde die alle töten umbringen die kinder werde ich schlagen ich habe dich nicht gemeint ich habe dich nicht gemeint danke dass du meine haare jetzt so lässt du bist gemein da waren haare dran ja ja hier schon wieder hm 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 m Vielen Dank. Wir sitzen da vor der Tür. Ich weiß, wer das ist. Nicht die Kinder? Das sind die Ältesten. Oder sind das Kinder? Nein. Sind das die Hoverboards Kinder? Nein, oder? Die Ältesten, richtig? Das sind wir und oben. Oder siehst du ein Hoverboard? Nein. Ein Hoverboard. Ich weiß, ob ich hier so ein Piep gehört. Sind da hinten die Hoverboards Kinder? Eine Ballune, oder? Nein, auch nicht. Ich habe schon gefragt. Wo kam das Piepen her? Weiß ich nicht. Ich muss mal hinlegen, bevor wir sehen, dass da was dran ist. Nein, auch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Weiß ich nicht. Kommt da bestimmt Horoports her? Nee, ne? Weil ich hab ja so Horoports piepen gehört. Guck mal, Küchenfett ist da bitte kurz. Danke. 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 Vielen Dank. Wieso piepen die überhaupt da hinten? An der Straße sind so zwei Kinder, die gehen hin und her. Ich weiß nicht, was das für Kinder sind. Keine Ahnung. Die gehen da hin und her, die Kinder. Vielleicht sind das die Hoverboards-Kinder. Ich weiß es nicht. Hat die Hoverboards gehabt? Nein. Nein. Die zwei Kinder an der Straße hast du auch hin und her gesehen, richtig? Hast du gerade die zwei Kinder auch hin und her gesehen oder herfahren gesehen? Vielleicht haben die Hoverboards gehabt. Ich weiß es nicht. Wo ist das doch? Ich glaube, die da hinten, die da in der Treppe sitzen. Oder es fahren doch Hoverboards-Kinder und wir sehen sie halt nicht. Nein. Das sind keine Hoverboards-Kinder? Weil an der Straße, meine ich, da bei der Mülltonne, da wo die Mülltonne steht, da sind die ganze Zeit Kinder hin und her gefahren mit irgendwas. Ja, das sehen die aber. Es war kein Horror. Was dann? Es kam nicht von der Tür. Es kam nicht von der Tür. Es kam nicht von der Tür. Nein. An der Straße, da sind zwei Kinder, die fuhren hin und her mit irgendwas. Die fuhren mit irgendwas hin und her. Waren das Hoverboards? Was war das denn gewesen? Nein, das waren Hoverboards-Kinder. Du hast gesagt, das waren keine Hoverboards-Kinder. Du hast gesagt, das waren keine Hoverboards, hast du gesagt. aus densel�� はい. Ahhhh.. Ahhhh, ohhhhhh, Du wolltest den Himmel mit angucken, hast du gesagt. Du sitzt da. Ey, Bobepa, du hast gerade gesagt, die Kina an der Straße wäre keine Hobo-Hazki. Du hast gesagt, wir werden keiner. Dann hast du gesagt. Ja, aber wie hast du denn da gefahren? Sind die mit dem Roller? Ja, weiß ich. Ich konnte... Keine Ahnung. Ja, aber wie hast du denn da gefahren? Ja, aber wie hast du denn da gefahren? Da hätte ich die ganze Zeit ein Auto und vielleicht war das Auto da hinten gewesen, Piepen. Da müsste einer ein Funkgerät oder sowas in der Hand, der ein Funkgerät hat, geht nicht anders. Ja, ich weiß. 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 das ist doch hier guck mal, wie es da ist mach es bitte wir müssen jetzt die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Risset rot. 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 Vielen Dank. 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 Guck mal, das ist unser Streifen, guck mal da. Das ist unser Streifen, guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Wir werden vom Busch gelauert. Nicht unter uns. Da ist, da ist, da versteht sich jemand irgendwo im Busch oder unter dem Baum, wir werden da ausgelauert. Ja, aber ganz üblich. Und überall sind, da hat man überall, überall sind, da ist, da ist, da ist, da ist, da ist, da ist, da ist... Drei, 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 Drei. Drei, 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 Drei. Drei, Drei, Drei. Drei, Drei, Drei. Drei, Drei.